Yo Leute, ja, hier hört sich eigentlich so doof an, aber okay, machen wir mal weiter im Text hier. Nach einigen Jahrzehnten, Jahrhunderten oder Jahrtausenden, was auch immer, hören wir uns endlich wieder oder ihr hört mich endlich wieder. Der Grund war eigentlich, dass ein Tulianer meinen Rechner befallen hat, ja, und da konnte ich leider nicht mehr weitermachen. Das war echt doof. Okay, dafür kann ich leider nichts. Gut, ich werde aber jetzt nicht hier irgendwas erzählen, was ja alles gelöscht wurde oder was weiß ich. Ich werde einfach erzählen, was demnächst auf euch zukommt. Darunter kommt Dragon Age 2, höchstwahrscheinlich, Assassin's Creed 1 und 2. Dann geht es weiter auch mit Lego, Fluch der Karibik, das Videospiel. Und ja, wie es aussieht auch noch, Minecraft. Ja, und dann werde ich demnächst, ob ich mit Pokémon weitermache, weiß ich nicht, weil ich habe nicht gerade die große Lust dazu. Na gut, wir werden erst mal sehen, was so noch kommt und ich sage mal, bis dann, wir hören und sehen uns. Ich bin eure Huishi Asami. 1982. Ihr Freaks! Hahaha!